3, 2, 1, hier sind die Nüsse. Ein bisschen leih. 3, 2, 1, die Nüsse machen sich mal leiser. Hallo, von meiner Seite herzlich willkommen bei Führernüsse mit Dirk und Klaus. Ja, wir reden gerade über Speedclimbing. What? Erzähl. Ich glaube, 6 Sekunden oder so ist der Rekord an dieser genormten Strecke. Wie hoch ist das? 25 Meter oder so. Das ist, wenn du das mal siehst, da war mal ein Test, wo einer der Redakteure von, ich glaube, Weiß war es, und Alex Honnold das gemacht haben. Also Alex Honnold aus Free Solo, der da ohne Seil den Yosemite hoch ist. Ich mache gerade einen, ich habe keine Ahnung im Gesicht. Der Film Free Solo mit dem Typen, der alleine El Capitan hochklettert ohne Seil. Aber sind die Huberbohren nicht auch da schon hoch? Nee, er war der Erste, der das als Free Solo gemacht hat. Also ohne Seil, ohne irgendeine Form der Absicherung. Das sind doch wie die Jungs, die nicht versichert sind. Wo keine Versicherung der Welt sagt, gerne. Also was willst du da versichern? Du bist tot, wenn du runterfällst. Also das haben die Huberbohren gemeint von wegen, dass die halt keine normale Krankenversicherung kriegen. Dass das halt mörderschwierig ist. Und halt das dann irgendwie selektieren müssen in ihrem Betätigungsfeld. Und kriegen dann so eine alltägliche Versicherung, wenn sie nachweislich nicht in irgendwelchen Klettersituationen gerade stecken. Wo man meint, wir sind jeden Tag. Also ihre großen Holzhütten und sonst was, da sind dann überall Plastikgriffe und sonst was. Die hängen ja jeden Tag mindestens drei Meter irgendwo in der Luft. und denken, ah hier, geil, Griffkraft. Und das sieht ja natürlich keine Versicherung gerne. Und dann aber sagen, wenn der halt dann irgendwie ein Medikament, was es verschreibungspflichtig nur gibt, dann ist es halt so, ja wir zahlen das. Auf der anderen Seite, also der Hornholtz hat das ja geschafft, die Strecke. Aber davor hat er sich das Bein gebrochen bei einem relativ einfachen Ding, was er mit seiner Freundin gemacht hat. Weil sie nicht aufgepasst hat, dass das Seil zu Ende ist. Wie gesagt, er hat sich das Bein gebrochen? Er war oben, sie hat ihn abgesichert. Und das Seil ist halt durch die Schlaufe gerutscht. Und er war halt nicht gerade an der Wand. Macht man nicht zum Schluss einen Knoten, dass er nicht durchschluckt? Er hat sich abgeseit, ja da gibt es verschiedene Methoden, was zu machen. Oder du stellst dich rauf mit dem Fuß. Dann hast du halt eine gute Vorwarnung, wenn es am Fuß zieht. Und es hakt. Oder du hebst halt an, wie so ein natürlicher Effekt. Ach, was ist denn das? Naja, also dabei hat er sich irgendwie das Bein gebrochen in der Vorbereitung. Ja, beim Kletterer muss man ja immer irgendwas verlieren. Was war das, Reinhard Nesma? Der auf jeden Berg halt immer ein Zeh gelassen hat. Ja. Der Stumpen reinholt. Nee, aber das Speed Climbing ist ja auch olympisch. Echt? Hatten wir das nicht mehr? Ja, genau. Du musst halt alle drei Sachen machen, wenn du beim Klettern. Das ist halt so ganz absurd, die Kategorie. Das ist halt Bouldern, Speed Climbing und Langstreckenklettern. Also Vorstieg-Route. Oder es ist halt so, als ob Laufen olympisch wäre. Ist doch. Ja, aber Laufen als Überbegriff und du musst dafür einen 100 Meter Sprint machen, einen Marathon laufen und 400 Meter Hürden. Sind das nicht alles olympische Disziplinen? Ja, aber da tritt ja nicht ein und dieselbe Person an. Ach so meinst du. Bei allem. Ach so beim Klettern ist alles ein. So im Gefäß ist es. Ja, also ich meine, du kannst, also eigentlich, die Speed Climber sind halt meistens keine guten Kletterer. Äh, ja. Die können halt ihre Strecke rauf und runter, das ist halt nur die eine. Aber die sind halt ansonsten beim Klettern nicht in der Weltspitze. Und die Leute, die beim Klettern in der Weltspitze sind in der Regel in der Speedstreike nicht so gut. Weil das ist halt einfach spezialisiert. Das ist halt eine genaue Strecke. Naja, da merkt ihr halt auch, das hat sich irgendwie das Komitee ein bisschen zusammengewürfelt, dass sie gesagt haben, von wegen, ja hier, wenn wir das übernehmen, dann nehmen wir aber auch jetzt die ganzen Wulz und ihr macht alles. Komm, das ist ja alles, ist ja alles Klettern, oder? Ich wage zu behaupten, das ist dann bei der nächsten, äh, bei der nächsten Olympischen Spiel noch anders. Also es ist halt wirklich, also du kannst halt nicht einen Marathon gut laufen und ein guter Sprinter sein. Ja. Und so ähnlich ist es da halt auch. Ja. Also, ja. Aber sieht immer beeindruckend aus, wie, wie so eine Spinne auf Speed. Ja, merken wir ja schon, wenn wir halt mittlerweile ja gar nicht mehr unser klassisches Accidentics Training machen. Und wenn wir dann zwischendurch halt irgendwas, was quasi darauf bezieht, irgendwas machen, wo wir denken, uh, also dafür, dass man Sport macht, merkt man schon. Oder alleine, dass ich halt irgendwie in Schottland gewandert bin und dachte, ja komm, mit dem Training, das wird ja nicht. Ist ja nur wandern, du gehst. Genau. Mal hoch, mal runter, aber sonst. Und dann dachte ich, scheiße, also wie der erste Mensch. Ja, oder ich, der ich letzte Woche eigentlich nur gestanden habe. Aber auch das ist halt. Ah, stimmt, du hast ja deinen. Belastend für die Gelenke. Dance of Battle. Ja. Ja. Da war ich halt abends ab und zu mal laufen nach dem Tag. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, ich dachte auch, also erstens war ich lange nicht mehr laufen und dann stehst du halt den ganzen Tag und bist auch in der Verfassung. Ich saß halt dann teilweise da, hab mich umgezogen und dachte, wenn ich jetzt zu lange sitzen bleibe, penne ich einfach auf dem Sofa weg. Ja. Also dann musste ich mich halt zwingen, dazu loszulaufen und bin halt echt in einem erbärmlichen Tempo voran. Also in meinem Tempo. Schlimmer. Was? Also schlimmer, als wenn wir zu zweit laufen. Und also in wirklich den ganzen Verstehensern. Aber ich würde mal behaupten, wenn wir zu zweit laufen, sind wir immer noch schneller, als wenn ich alleine laufe. Ja. Weil du halt einfach, auch wenn du langsam läufst, aber gibst mir halt immer noch was vor. Ja. Und so hab ich halt nichts, außer, ich hab mal jemanden, der vor mir etwas schneller läuft. Wenn jemand schneller läuft, dann nehm ich den ja, dann denk ich, ja okay. Ja. Aber sonst, es muss ja ein bisschen schneller sein, dass du angefliegt bist. Ja. Ich dachte ja dann auch dann, also auch, hat mich auch nicht überrascht, irgendwie alleine bei meinem Blick auf die Waage, auf die Smart-Waage. Und ich dachte, eieiei, klaus. Was war das, 84, 85? Mit Klamotten zwischen 85 und 86. Nice. Ja, aber für jemanden. Aber bei dir ist ja kein Gramm Fett. Naja. Aber ich meine, also, ja, für 1,77 Körpergröße, das ist halt schon relativ schwer. Ja, aber du hast halt sehr viel Muskelmasse. Ja, aber trotzdem ist es halt, das in Bewegung zu setzen, weil ich überlege, meine Zeit, wo ich richtig top war am Laufen, war auf der Langstreike, war ich so bei 72. Aber das ist auch kleiner. 10 Kilo, ja. Ich bin ja auch erst, hatte ein Wachstumsschub in letzter Zeit. Ich würde überhaupt, durch das Klettern hast du auch allein am Rücken ordentlich Muskeln zu haben. Ja, wahrscheinlich. Aber so furchtbar gut ist es auch nicht für die Finger, das ganze Gewicht extra zu halten. Aber für den Rücken ist es richtig geil. Ja, Rücken ist gut. Aber das Problem ist, du hängst ja in der Regel dann so eingeklemmten Fingern an der Wand und die müssen dann halt jedes Kilo mehr halten. Und das ist dann schon da. Timo hat letztes Wochenende auf irgendeinem Trödelmarkt sich einen Stuhl gekauft. Seine Aussage selber war leicht. 100 Meter zum Auto getragen. Im Hohlkreuz. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Haltung war im Hohlkreuz. Im Hohlkreuz. Hat er gesagt. Ich habe auch gedacht, ob er sich bewusst sagt, gerade Hohlkreuz. Gerade Hohlkreuz. Jedenfalls Mörderrückenschmerzen danach gehabt. Ja. Und dann habe ich gedacht, siehst du. Erste Reaktion vom Festus fand ich ganz geil. Nimm doch Ibuprofen und Voltaren und alles. Betäupen. Na, ich meine, aber zum Beispiel würde dir das erstmal mit deinem Training nicht passieren. Ich glaube, ich hätte den Stuhl nicht im Hohlkreuz genommen. Also da fängt es schon mal an. Ich weiß bis jetzt nicht, was das für eine bewusste Haltung ist. Du legst den halt vorne auf. Also nicht wie der Rettungsgriff oder jemanden, wie den Gams davonträgst, sondern statt wie eine Gams auf die Schulter legst du es dir auf die Brust vorne. Also du meinst wie so ein gezeichneter Superheld aus den 50ern. Oder wie beim Stoßen, wo du das Gewicht mal kurz auf der Brust ablegst. Oder den ganzen Gym-Fails, wo du dann immer siehst, dass die halt beim Bankdrücken so einen enormen Bogen machen. Du sollst ja schon einen Bogen machen, weil manche denken, ja, auf jeden Fall den Rücken auflegen. Du sollst ja echt so leicht anheben. Ja, aber klein halt. Genau, aber manchmal siehst du ja welche, wo du denkst. Eine Hand dazwischen und nicht zwei Fäuste. Ja, oder du denkst von Dingen, die klappen nach hinten zusammen. Das war so mein erstes Bild, als er gesagt hat, im Hohlkreuz getragen. Ja, geil, nice. Ja, weil ich hätte gedacht von Dingen, du hast den rechts oder links am Arm runterhängen, weil das ja ein leichter Stuhl ist, so. Ja, oder ... Oder hast du ihn so, wenn er schwer ist. Also ich hätte auch noch akzeptiert, an der Sitzfläche und auf dem Kopf, wie das Wasser zurück zum Dorf tragen. Ein Stuhl, wie schwer soll der denn sein, dass du ihn so trägst? Ja, wenn der langweilig ist halt. 100 Meter, ist ja auch keine Strecke. Oder zieh ihn doch. Über den Boden. Ja, schönen Holzstuhl, denkst du auch von wegen, ich mag, dass die hinteren Füße einfach mal so ein bisschen gekerbt sind. Dass sie halt auch in, ich sag mal, wenn du schöne alte Dielen hast, so wie ich, mit ordentlich großen Fugen. Ja, aber ganz kurz. Ich rede mal weiter. Ordentlich große Fugen, dass du die dann halt in die Kerbe rein oder in die Fuge reinklemmst. Dass du halt so einen Kippelstuhl hast, der nicht nach hinten weg rutscht. Ja. Oh, Kippeln. Hast du das früher auch in der Schule auch immer gemacht? Klar. Jeder, das war immer, das war immer der Thrill, kurz bevor du fällst, dich wieder zu fangen und nach vorne zu reißen, das war das Beste. Ich kenne einen, der hat mal einen Überschlag geschafft. Ich hoffe, sideways. Das ist das Geilste irgendwie, das ist da, wo es immer irgendwie mokiert war, immer verboten war. Nur da hat man es gemacht. Selbst in einer Ausbildung hatten wir alte metallische Drehstühle mit so einem Kreuz. Da konntest du halt nicht kippeln. Beziehungsweise wenn du versucht hast, zu kippeln, dann hat dein ganzer Körper sich zurecht und links gedreht. Das ist ja langweilig. Schule hast ja diese, die schönste, in den 90ern gab es ja so eine Innovation auf jeden Fall bei uns diese, auf jeden Fall alles so ein, so aus so einem Röhrensystem. Ja, ja, genau. Und dann Platte, Platte. Also ich zeige dir gerade irgendwie Sitzfläche und Rückenfläche. Ich glaube, die waren bundesweit genormt. Ja, genau. Jeder Schüler hinter und jeder Schüler. Und die waren halt super zum Kippeln. Ja. Die waren richtig Knaller. Ich glaube, im Kunstbereich gab es dann halt immer so Hocker. Ich weiß nicht, warum es da Hocker gab. Ja, die kannst du hoch machen, wenn du töpfern musst. Dann musst du dich aus der T-Rex-Haltung. Wir haben meist irgendwie Dummscheiß gemalt an so alten Schreinerbänken, die halt tausend Kleckse Farbe und Löcher. Hier haben bestimmt tausend Schüler richtig geile Sachen gemacht. Und wie heißt es? Ja, Stille eben. Siehst du die Banane? Masi. Da hat Smudo, ey Quatsch, Smudo sag ich schon, in Bushido uns noch unterrichtet. Ah. Ja, das waren noch Zeiten, als Bushido-Lehrer war. Vor dem Lehrermangel in Deutschland. 23.000 Plätze fehlen. Wer hätte vorhersehen können, dann hat sich die ganzen Kita-Kinder in ein paar Jahren alle in die Schule wollen. Ja, das ist echt komisch. Alle gleichzeitig vor allem. Das ist echt komisch. Also ich meine, man sagt ja auch, der Weg soll ja auch hingehen zum sekundären Bildungsweg und so. Das muss ja nicht jeder in die Schule. Viele können auch einfach so. Ja, guck dir die ganzen YouTuber an. Ja. Zum Beispiel BWL-Studenten. Du brauchst auch keine Schule für. Ja. Ja, oder erben. Das ist jetzt ja nicht, dass du da... Mehr als die Hälfte des Vermögens in Deutschland ist nicht mit eigener Hände erwirtschaftet. Ja. Und das ist nur das liegende Vermögen. Es geht ja nicht mal um Immobilien oder so. Immobilien sind nicht liegen. Ja, eben. Wenn du ein Hausboot hast. Ja. Das ist Anliegen. Nice. Soll ich schon mal mit einer Frage rauskommen? Warum nicht? Wir können ja noch weiter diskutieren. Ja, ja. Also je nachdem, wie lange deine Frage braucht. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie letztens hast du mich inspiriert. Vielleicht ist es auch Dortmund gewesen. Ich habe mich gefragt, wie würde von Klaus und Dirk der Imbiss aussehen? Der Imbiss? Ja. Also Aussehen ist sehr allgemein gegriffen. Das heißt nicht nur von wegen optisch sonst was, sondern natürlich auch. Wäre es halt irgendwie ein fester Imbiss in einem Häuserblock, wäre es so ein klassischer freistehender Imbiss, so eine komische Blechbude da irgendwo oder wäre es halt tatsächlich so ein Imbisswagen wie drei Damen vom Grill oder so? Das war mein, der Standard-Imbiss bei mir, als ich ein Kind war, Volker in der Streitstraße. Der hieß ja auch Volker der Imbiss oder was? Oder Volkers? Ja, wahrscheinlich Volkers oder so. Ich kann es aber nicht genau sagen. Also Volker, auch klassischer Imbissname. Man kann es eigentlich nur in Imbiss eröffnen. Ja, ich finde auch so wie Uschi, Gabi oder sowas, ist halt immer so einen richtig guten Imbissnamen. Also ich meine, du bist halt dann prädestiniert, entweder du lebst halt auf einem Campingplatz mit solchen Namen oder du wirst D-Jugendtrainer. Ja, auch schön. Oder Imbiss, das sind deine Karrierewege, also du kannst auch dann zur Agentur für Arbeit gehen. Und der hatte einen Wohnwagen, also so einen Anhänger halt. Also aber kein, also so einen richtigen Imbisswagen, aber kein Wohnwagen. Nein, nein, aber es war halt ein Wohnwagen, nee, es war ein Wohnwagenanhänger. Also kein, bin ich mir relativ sicher. Echt? Es ist kein, ein bisschen umgebaut, aber nicht so der klassische Imbisswagen, der auf Festivals immer steht, so ein umgebauter Anhänger. Hygiene-Vorschriften kannst du vergessen. Ich kann es sagen. Dann gab es halt immer Currywurst. Currywurst. Satt. Saftige Pommes und so ein Weißmehlbrötchen. Und dann wahrscheinlich auch Palmin immer so eine Woche oder einen Monat gehalten. Ja, sicher doch, ne? Wird ja nicht schlechtes Fett. Nur weil es die Farbe verändert und leichte Ranzgeschmäcker hat. Kannst du zurückgießen in die Flasche. Ranzaromen. Ja, also das war, also so Imbisswagen hat schon was. Also meinst du schon Wagen? Aber dann würde ich schon sagen, so einen klassischen wie bei drei Damen vom Grill, ich glaube, das war tatsächlich so ein Truck. Also nicht so ein Truck-Truck, aber halt schon, dass irgendwie du nicht irgendwie einen Anhänger hattest, sondern das ganze Ding. Ja. Eigentlich so wie damals auf dem Markt, weiß nicht, ob du auch noch kannst, wenn so der Eiermann kam und dann klappt. Und dann klappt dann halt so eine schöne Metallfläche hoch. Auf dem Markt, wenn der Eiermann kam, hat er immer geklingelt bei euch. Ding, 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 der Eiermann, Mama, kann ich ein Ei haben? Also tatsächlich, auf dem Dorf kam dann der Wagen noch und dann hörst du, der hat nicht geklingelt, sondern der hatte so eine geile Huhnhupe. Und das war so eine Hupe. Und dann am Wendeplatz, und der Eiermann, der Eiermann ist da. Wendeplatz habt ihr gesagt. Ich habe mehrere Sachen gehört. Ich glaube, das ist ein bisschen, und? Wir haben mal Wendekreis gesagt. Okay, bei uns am Ende war halt ein Wendeplatz. Wendehammer, habe ich auch schon. Wendehammer? Wendehammer. Weil halt dann so. Ja. Ja, ne. Wendehammer. Also das Wendehammer habe ich ja. Ich habe noch nie eine andere Bezeichnung außer Wendeplatz gehört. Also Wendekreis. Du hörst mal Wendekreis, ja. Geil ist immer, wenn du es gesehen hast von wegen, weil bei uns war ein klassisches Zeichen einfach nur für Wendeplatz oder Wendekreis. Und wenn dann halt sich dummerweise, und es war eigentlich einspurig, es war eigentlich zweispurig, aber eine Spur war immer zugeparkt, komplett von allen Anliegern. Und war geil, wenn dann sich dummerweise halt irgendwie so ein, ich sage jetzt nicht zwölft Tonner, aber wenn so ein acht Tonner oder so, wenn er sich verfährt, gerne mal auf dem Dorf oder auf einer Kleinstadt, und dann reinfährt. Und das schön festhängt. Du kommst da niemals raus. Und die ist halt auch nicht gerade, sondern leicht zu verwinkeln. Und dann ist er da und denkt, scheit. Und das ist keine Größe, wo der locker wenden kann. Und dann fängt er erst mal an zu klingeln und sagt, könnte ich bei Ihnen auf dem Hof mal rückwärts rauf und könnten Sie mich ein bisschen vielleicht anleiten. Und ich weiß, ich fahre jetzt hier nur noch mal, aber sind wir sexy? Ja, scheiße. Also sind wir ein gestrandeter Imbisswagen in einem Wendeplatz? Naja, also ich habe schon gedacht, dass wir etabliert sind. Klaus und Dirk sind natürlich auch zwei Namen. Also ich wollte gerade sagen. Im Imbiss-Genre. Das ist, also wenn, als allererstes denkt man natürlich am Podcast, aber danach ist dann relativ schnell irgendwas Fettiges mit Salz. Das ist natürlich auch ein guter Podcast. Irgendwas Fettiges mit Salz. Das war damals nicht drauf gekommen. Gut fürs Herz. Fettiges mit Salz. Dann ist auch die Frage, würden wir so die klassischen Gerichte oder die, mittlerweile gibt es ja halt auch, was früher immer irgendwie war, wo du gesehen hast, der Italiener, der dann den Döner verkauft. Und jetzt wäre es der Deutsche, der den Döner wahrscheinlich auch verkauft. Und ja, ja, ja. Also ich glaube, man ist ja, das gehört ja mittlerweile zur deutschen Kultur ganz normal, so wie Schnitzel, Pommes. Ich meine, der ist ja auch in Berlin erfunden worden, fairerweise. So, ja. War es sogar Mustafa, der den angeblich zuerst verkauft hat? Ich glaube, er war das sogar. Also Mustafa von Mustafas Gemüsedöner am Mehrringdamm. Ach so. Ich meine, der Mythos ist, dass er das, das bei ihm. Inge hat mich damals zu so einem edeltürkischen Restaurant geführt und der hat mittlerweile, also so Grills, der hat, glaube ich, drei Grills und ein normales Restaurant und meinte von wegen, dass er sich damit rühmt, dass er halt, ich glaube, Khalil oder sowas ist der? Na gut, aber ich meine, wer auch immer, es ist halt einfach so aus der deutschen Fast Food, also so ein bisschen wie, was weiß ich, Bami Goreng oder sowas, eigentlich kein asiatisches Gericht ist. Aber nasi Goreng? Eins mit Reis und eins mit Nudeln, ne? Ja, ich glaube, eins von beidem ist kein, oder vielleicht sogar beides ist kein asiatisches Gericht eigentlich, sondern halt nur so eingewestelt. Ja, ich meine, alleine alles verändert sich ja, wenn du jetzt zum deutschen Griechen gehst und dann halt immer diese Tonnen Fleisch isst und dann beim Griechen, also irgendwie Kreta oder sowas, dann wirst du halt dann Meeresfrüchte und mal schönen Salat, dann hast du nicht gesehen und dann nicht halt irgendwie. Alles ertrinkt in Zaziki. Ja. Du musst so eine Rettungsmission fürs Gulasch starten. Fürs Gulasch? Ja, was gibt's denn da immer? Gulasch ist ungarisch. Ach, mein Gott. Ist ja nun eine Haarspalterei. Ja, aber also, ja, ich kann mir durchaus auch Döner vorstellen. Die Frage ist, also Currywurst würde ich halt sagen. Also ganz klar haben wir so eine Fettwanne, ne, mit so einem Gitter. Da kommt alles rein. Dann kommt Pommes rein, Wüsschen rein, die Schnitzel schmeißen wir da rein. Oh, so Immiss-Schnitzel, nichts Schöneres, also diese Pressbleib, die alle in Form auch sind. Ja, immer gleich. Es gibt halt die Variante, glaube ich, Hähnchen und, ich weiß gar nicht, ob man Schwein sagen kann oder Rest, weiß ich nicht. Weil meine Oma hat damals, wenn sie Schnitzel gemacht hat, hat sie immer diese Hoppelpoppel hat sie die genannt. Das heißt, wenn halt, die hat ja, du hast ja dann zum Panieren, hast du ja dann Ei, Mehl und Paniermehl und das Fleisch kommt ja erst ins Mehl, dann ins Ei, dann ins Paniermehl und die Reste, die wurden ja nicht weggeschmissen, sonst wurde halt das Ei mit dem Mehl vermengt und das wurde paniert. Genau. Und dann hast du halt wie so heißes Brot quasi so. Ja, ich mache das auch immer, ich hatte, ich kenne nur den Namen dafür nicht. Naja, das ist halt, ich weiß nicht, ob das offiziell war oder ob meine Oma halt das einfach gesagt hat. Also, das klingt ehrlich gesagt schon relativ offiziell, ist ja auch so ein bisschen wie der Hoppelpoppel, wie das Ende vom Brot, gibt es ja auch eine Million Namen für. Ja, was sagst du? Was sage ich denn immer? Rempel. Rempel? Rempel. Hier ist, also ich sage Knust. Knust, ja. Wie sagst du, wenn Kinder fangen spielen? Hasch mich. Hasch mich? Nein, fangen halt. Bei uns hieß das Packen. Packen? Ja, Packen. So wie hier Daniel immer sagt, pass auf, der packt dich. Gleich packt er dich. Ja. Das siehst du wohl, das Packen. Das hat ja auch angeblich irgendwie so tausend verschiedene Begriffe. Also und lustigerweise irgendwie nur von Kindern weitergegeben natürlich. Und da kommt ja nicht der Vater, ihr spielt mal schön Packen. Oh, Vater. Das sagt ja keiner. Ja, okay. Also wir hätten dann, hätten wir denn, wir hätten noch. Ja, ich warte mal kurz. Jedes Mal spannend, weil er hat die Live-Bitcoin-Variante hier und er sieht, wie das Ding stabil bei 9,5 steht. Der geht auf 100.000 heute noch, ist meine Vorhersage. Das ist das Scheiße-Limme. Gott, das will. Wird das nochmal erleben? Aber ich glaube, bei dem Preis, wo er jetzt steht, hast du irgendwann nochmal gekauft, oder? Also jetzt gerade nicht so Mörderverlust. Was ist er denn? Ich glaube, der ist halt super lange jetzt immer bei 9,4, 9,5, 9,3. Ja, das ist halt die ganze, die ganze andere Scheiße, die zum Beispiel der, na, wie heißt der Butzel, der, ähm. Butzel? Wie heißt der? Der andere, der andere, der andere Kollege da hier, der Ifer. Ja, Ifer, was hast du noch, Gold? Der ist halt so eine Scheiße. Ifer ist, glaube ich, der ist verloren. Und Gold auch. Gold ist auch voll, Gold ist alles, also 9,3, herzlich Glückwunsch, so viel zu stabil bei 9,5. Ich habe ja gesagt, zwischen 9,5 und 4,3. Der Expresshandel steht vorübergehend nicht zur Verfügung. Oh, ich habe dir das als erstes gehört. Bitcoin Cash bei 276 Euro, Bitcoin Gold bei 9,53 Euro. Alter. Was habe ich gekauft, bei 70? Und du hast bei 140 gekauft? Und der Ether bei 175, der war da mal bei 1.400 oder so. Alles ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen, unterm Strich. Wenn du es jetzt verkaufen würdest, könntest du es aber wenigstens einreichen als Minuseinnahme. Nee, könnte ich nicht. Weil wir es über ein Jahr haben. Oh, Ficken. Das ist jetzt alles. Deswegen müssen wir auf 100.000 warten. Wir haben gar keine andere Wahl, bis die nächste Rallye losgeht. Rallye. Ach, na ja. Okay, also würden wir die Klassiker haben, wo es Borm ist? Nehmen wir Bitcoin. Nehmen wir Bitcoin. Würde ich sagen. Also wir gehen gar nicht auf die Gerichte, sondern erstmal auf die Zahlungsmodelle. Ja, wo wir gerade dabei sind hier. Also auf jeden Fall will ich kontaktlose Zahlen. Ich will nicht Essen machen und dann schön die Münzen anfassen. So eine Scheiße, ey. Und wenn jemand sagt von wegen, ah, ich habe gerade nur Bargeld, dann sage ich ja, dann runde auf, bis du einen Schein hast. Das ist ja auch immer saugend. Und steck den hier direkt in die Kasse. Ja, genau. In die alte Registrierkasse. Ja, bei uns wird das Rückgeld frittiert. Machen wir den Gag, das war so schottische Gerichte, so Snickers in Bierteig und so. Dortmund hat das ja mal probiert. Ja, ihr habt doch so erzählt, das war Geburtstag. Ja, das geht aber nicht gut. Also ich weiß nicht, du brauchst halt wahrscheinlich relativ viel Übungen für. Ich bin ja eh nicht so ein Fan von. Du isst ja eh kein Zucker. Also bewusst raffinierter Zucker passiert bei dir gar nicht. Ja, aber ich meine, auch von allem Frittieren. Aber können wir natürlich machen, also als Gag. Bringt uns was und wir frittieren es für 12 Euro. Also ich glaube, das Geile ist, weil es ja jetzt so viel Healthy Food in Berlin gibt. Also ich würde mal sagen, wir sind dann auch in Berlin. Ja. Und ich glaube, wir wären halt echt so. Ja, wir hängen ja da fest in dem Wendeplatz, wo die mal rauskommen. Also eigentlich warten wir ja jahrelang hier in den Wendeplatz, bis dann irgendwer die Baustelle fertig gebaut hat. So und dann hätte man ja eigentlich. Ja, stimmt. Oder eine Sackgasse. Ja, in der nächsten ist auch einer. Wenden konnte man ja nicht. Ja, in der nächsten ist auch eine Sackgasse. Ja, stimmt. Eine Straße weiter. Da können wir rein. Und hier sind überall Baustellen. Das heißt, die ganzen Bauarbeiter, die kommen hin wegen vernünftiges Essen. Ja. Gib uns mal ein schönes Frühstück, eine Bockwurst, eine Scheibe labberigen Toast und Senf. Und eine Flasche Cola. Bei guten Dingern wurde ja dann auch gerne noch in einer Gusseisern Pfanne dann auch so das klassische Bauernfrühstück. Das heißt so Bratkartoffeln mit Schinken, Speck und das Ganze mit Ei überbacken. Das ist halt einfach so ein Monster Club, wo man Kohlenhydrate, Proteine und schön Fett hast. Da bin ich d'accord, ja. Je mehr, desto mehr. Ja, und unsere Brotkörbe sind dann halt auch richtig so eine Kanten. So eine zwei Daumen dicke Scheiben. Wo du denkst, oh Alter, das ist wie ein gekauftes, komplettes Gerichte, ja. Hätten wir auch so kaltes, so irgendwie immer so ein Eimer Kartoffelsalat. Uh, ja, so ein Eimer Kartoffelsalat. Aber selber gemacht, alles selber. Ja, ja, ja. So mediterrane Kartoffelsalaten, Pesto in der schwarzen Oliven drin. Es gibt immer so einen, der niemand die Hand gibt, weil er immer bis zum Ellbogen in irgendwelchen Salaten hängt. Ja, ja. Den wir aber eingestellt haben. Ja, das sollte auch unbedingt mit der, mit Arm und Manneskraft gerührt werden. Ich finde, da, ja, da habe ich irgendwie so ein Bild, dass Peter das ganz gut könnte. Ansonsten hätte ich ja gesagt, vielleicht so ein Betonmischer für den Kartoffelsalat, dass der immer so ein bisschen rotieren kann. Aber findest du als Bild nicht geil, so Peter mit Zopf und Haarnetz? Ja. Und dann von wegen sagst du mal, Peter, nochmal hier so einen großen. Und er, ja, ja, dreht sich um und hat bis zum Ellbogen wieder alles Remo dran. Ich hätte ja gesagt, dann ist das halt wie die, wie so Zierarzthandschuhe für die Rektaluntersuchung bei der Kuh. Geht bis zum Schulterblatt. Oder genau, Peter mit seinen geilen Fernfahrer-Achselhemden. Ja, sowas, genau. Das und dann halt so lange Hygienehandschuhe. Geil. Und im Hintergrund so ein altes Radio. Auf der Schiebe. Und alle ganz ruhig wegen irgendwelchen Verkehrsnachrichten. Was ich hier ganz sympathisch finde, vielleicht können wir das übernehmen. Obwohl, also die halt so arschig sind beim Bürgermeister. Ja. Die halt so ein Wartenummern-System haben, wie in der Arztpraxis. Findest du nicht geil, dass da einfach jemand den Namen schreit? Ja, das kannst du ja machen, das kannst du ja dann. Oder wir geben Namen und die sagen wir dann. Merk dir das, du bist heute Manfred. Was, ich heiße Sascha Pascal, du heißt Manfred. Und dann schreiben wir es auch über Starbucks auf die Pappschalen drauf. Ja, genau. Wir haben so alte Kartoffelstempel und wir haben nur sieben Namen. Egal wie viele Kunden. Manfred. Manfred, wer hat das halbe Hähnchen? Wenn mehr als sieben Leute warten, dann bekommen die Leute Doppelnamen. Manfred Uschi. Ey, ist ja geil. Wie viel Kombination kannst du mit sieben Namen machen? Das würde reichen. Manfred, Manfred Uschi. Ich bin Manfred Uschi. Du bist Manfred Uschi, aber nicht Manfred Uschi. Zurück in deiner Reihe. Ja, da hast du schon was, ne? Ähm. Ah, geil. Und wir haben so Steh... Also vorne haben wir direkt so ein Tresen natürlich, direkt an dem Wagen dran. Und dann klassischerweise so zwei, drei Stehtische noch. Ja. Die immer irgendwie kippeln und immer irgendwie Bierdeckel unterstehen. Auf diesen dummen Dreibeinen. Ja, das ist ja auch Pflicht. Und Dreibeine kippeln ja nicht. Aber Vierbeine. Ja. Ich finde, es sollten sogar nur zwei Beine machen. Wir holen die erst raus, wenn da jemand steht. Weil der hält dann den Tisch. Ja, das ist da. Oder kommst du nicht weg. Bleibst schön da. Willst du nur ein Schulterheiß? Oder so zwei Beine und einen Riemen für den Hals. So, wenn du stehst, kriegst du so Riemen im Hals und dann stehst du da. Ja, super. Da können wir die alten MG-Riemen von der Bundeswehr nehmen. Also so Lederriemen für den Hals. Meinst du, wir kriegen die günstig? Hast du Kontakte? Kriegen wir ja. Busch, Meier. Ja, geil, ey. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Oder wir nehmen die ganzen Nachnamen auf. Oder wir haben sieben Nachnamen nur. Rommelmann. Rommelmann. Deine Wurst. Sie kommen im Rummelfeuer. Ja, auf jeden Fall auch so ein Glas mit Bockwürsten oder so die Auslage, wie sie auch in der Lampe ist. Da ist auch mal diese Auslage mit den Rindwürsten. Ah, diese Schwitzen, so Schwitzwurst. Geil. So richtig räudig anschwitzen. Dann haben wir aber auch so eine Käseglocke, wo so handgemachte, faustgroße Frikadellen drin liegen. Und du fragst dich immer, ist da Paprika mit drin oder hat das sich bewegt gerade? Ich finde ja auch, also diesen Brühwurstcontainer würde ich gerne aufbauen wie eine Sauna. Wie ein kleines Holzhäuse hier hinstellen. Genau. Und dann halt so eine Glasscheibe, dass du halt reingucken kannst. Aber die Würste liegen alle wie so in der Sauna. Geil. Und ab und zu hast du so einen kleinen Becher daneben mit so einem Holzlöffel. Und ab und zu gibt es dann mal so ein Salzwasseraufkuss. Da haben die Kinder auch was zu gucken. Oh, schön. Das ist ganz geil. Und dann vielleicht noch so ein Glas mit Essiggurken. Vielleicht ein paar eingelegte Eier oder sowas. Schöne Sohleier. Oh, das tausendjährige Sohleier. Geil. Also wir haben die ganzen Standardgerichte. Hätten wir dann so ein paar gesunde Sachen auch. Oder so eine pseudogesunde Sachen. Dass wir halt diese Beyond Meat Patties hätten. Die habe ich jetzt ja mittlerweile probiert. Echt geil sind. Aber faszinierenderweise die fertigen Burger. Ach, die gibt es ja auch. Ja, und da muss ein anderer Patty drin sein. Weil die schmecken so klassisch wie diese Tofu-Nachmache. Wo du echt denkst, aber die Beyond Meat Dinger, die sind halt richtig. Sind die schon fertig zubereitet dann? Die Burger? Die fertigen Burger? Ja. Ja, da ist halt alles drin und du musst die halt eigentlich in die Mikrowelle. Habe ich ja nicht, habe ich zu spät gemerkt. Und dann habe ich die halt im Ofen gemacht und das war dann scheiße. Vielleicht ist es auch die Zubereitung, dass die halt ohne Fett zubereitet werden müssen, dass sie nicht so triefen. Aber ich finde ansonsten die Beyond Meat Dinger. Die sind schlimm gut, ey. Also oder wie heißt das? Bei Lidl heißt es ja nicht Beyond Meat, die Eigenmarke, sondern... Was ist das? Echt? Nee, Beyond Meat ist das... Ja, das hatten sie auch. Oder haben die Next Level Burger oder was? Ja, genau. Also sie haben ja inzwischen ihre Eigenmarke, was ja natürlich nochmal viel ökologischer ist, weil sie die nicht importieren müssen. Ja, und für die natürlich Kosten gezielt. Ja, aber das ist halt eigentlich genau das Gleiche. Es ist ja auch kein großes Geheimnis, was da drin ist, wenn du es einmal analysiert hast. Die Zutaten sind ja bekannt. Naja, das ist halt aber wie Cola, da musst du halt die Verhältnisse dann kennen. Ja, und du musst halt die Marketing-Power haben. River ist so dicht dran. Ja, aber du musst halt auch die Marketing-Power haben, das zu nutzen. Also auch wenn River Cola wie Original Coca-Cola wäre, wäre es halt kein Ersatz, weil die halt nicht so sexy sind. Ja, stimmt. Nee, aber wenn mir das keiner gesagt hätte, dass das halt ein veganer Burger ist... Also ich habe den Pur gegessen, den Patty. Ja. Und das, also da hat man so einen kleinen Unterschied gemerkt, aber es ging nicht in dieses, wie soll man sagen, in diesen leichten Bittertofu gespackt, sondern irgendwas anderes. Ja, ich, was ich finde, woran du es halt merkst, ist die Konsistenz. Also die ist halt einfach zu gut und zu gleichmäßig. Genau, die ist perfekt, ja. Ja, das ist halt echt, als wenn jemand quasi so ein Patty aus Fleischwurstbrät macht, so also wo eine Masse ist. Du hast halt keine Knorpel, Fettklumpen oder sowas drin. Das ist ja halt auch diese Mühlenwalder Salami, dass sie auch gesagt haben, die ersten Varianten waren halt einfach zu perfekt. Und jetzt mussten sie verschiedene Größen von diesen Fettaugen reinsetzen, damit du halt von der Psyche her denkst, okay, so ein bisschen. Ja, aber genau, aber das ist natürlich eigentlich unnötig. Also ich mag die Next Level Meeting auch halt super gerne. Mit Zwiebeln angebraten sind die halt die Bombe. Ja, ich wollte es halt einmal machen, ey, so komplett, dass du echt dir die klassischen Burgerbrötchen holst, dann dann vielleicht irgendwie Gurke drauf, Zwiebeln, alles und die Zwiebeln auch irgendwie anmachst. Genau, so habe ich das gemacht. Und dann halt auch Mayo und so einen Quatsch drauf und dann halt, ich glaube, dann würdest du nix mehr machen. Ja, also das ist halt so. Und ich fand, Alter, die Aromen sind geil, die halt beim Rösten dann da halt entstehen. Also sind ja nicht, man heißt ja immer, eigentlich geht es ja um die Röstaromen. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil du merkst ja echt den Unterschied von, wir hatten ja halt auch schon zigtausend Tofu-Patties angebraten und das ist ja nicht von wie, oh, jetzt schmeckt es super, sondern du hast halt Tofu-Röstaromen. Ja, es ist genauso, es ist halt was anderes, es ist halt irgendwie geröstet. Aber halt auch dieser Saft, du hast ja dann halt auch diesen roten Saft, der da raustritt, wo du echt auch denkst, oh, saftig Fleisch. Ja, genau, wo ich da auch immer denke, ich habe auch schon gedacht, erstmal gucke ich mal, ob es noch sehr rot ist und ich dachte, es ist eigentlich egal. Ja, genau. Also ich meine, es ist ja vollkommen egal. Du könntest ihn roh fressen. Ja, also ob es rosa, genau, das wäre, glaube ich, eine Überwindung, weil es halt einfach aussieht wie Hackbrät. Ja, gut. Man hat ja auch gerne mal so ein Hackbrötchen, also so ein Meckbrötchen. Ja, gut, aber halt nicht so, also du isst ja eine Frikadelle nicht roh. Also wenn du die halt schon geknetet hast, da beißt die ja nicht roh rein im Vergleich zum gestrichenen Hack. Aber ja, also würde ich sagen, können wir durchaus aufnehmen. Ja, und ich glaube, die sind halt auch einfach, also da musst du ja nichts mehr zubereiten, weil die sind industriell, da wäre natürlich mal geil, ob es die dann halt auch in Mengen, weil die Dinger sind ja relativ teuer, zwei Paddies, zwei Euro oder sowas. Bei Metro bekommst du, das weiß ich von Beyond Meat, auch eine Gastropackung. Okay, weil du musst ja echt optisch gar nichts haben, es reicht ja echt dann einfach so ein Stapel, dass du sagst von wegen, ich habe hier 20 Dinger drin oder sowas, dass die einfach nur flop, flop auf den Grill. Ja, also ich glaube, die Gastropackung davon sind dann einfach auch entsprechend groß. Ja. Hätten wir denn eigentlich nur zur, also wir haben halt einmal das klassische, weiß nicht, Gasfeld oder was, so zwei oder brauchen wir vier Kochstellen, ich weiß nicht, zwei, oder? Ja. Und dann halt diese kleine Platte, einfach diese Metallplatte, wo man grillt und dann halt eine Frittierfläche, oder? Ja. Und dann eine Freifläche, wo Peter halt die Salate anmöllern kann. Du, das klingt so, als ob du ein Level bei Overcooked beschreibst gerade. Im Endeffekt ein bisschen. Ja. Vielleicht können wir ja irgendwie noch Philipp und Brownie mit einbeziehen, wenn wir schon Peter halt die Salate rühren lassen. Einer muss den Fisch machen, der andere die Däuchchen hacken. Das ist ja die Frage, dann haben wir so saisonale Gerichte. Wäre ja eigentlich klug. Also wenn wir regional, saisonal, dass wir nicht vollatzen sind. Kannst du schön hier zu Weihnachten eine Gans dir frittieren lassen bei uns. Aber Gans. Ja, sicher doch. Am Stück. Die lebt noch. Trost. Gänse. Noch mal schlimmer als Enten. Ob. Schwäne. Bei uns gibt es Schlammfleisch. Das soll ja so schlammig schmecken. Und ja, so Gans, deswegen, äh, Quatsch, Schwäne, deswegen werden sie nicht gefressen. Ähm, ich hab, ja. Hunde, diese ganzen bescheuerten, wir gehen immer schön abends auf den Hundeplatz. Naja, jeder Zweite hat ja Hunde, wenn ich brauche. Oder immer nur ein Jahr und denkt, ach scheiße, ich ziehe um, mache ein neues Projekt in Südamerika, kann ich die Töle nicht getrauen. Wir haben die Lösung für ihre Hunde. Geil, Imbiss und, äh, Hundehospital oder so. Ja. Oben kommt er rein, hinten ist der Paddy. So gewinnen wir das Vertrauen unserer Kunden. Ja, also, ja. Bei uns werden die Hotdogs noch von Hunden zubereitet. So. Oh. Da ist mal heißer Hund richtig Thema bei uns. Ja, ja. Wir können, wir können ja tatsächlich, also, der Hotdog-Laden, in dem wir immer waren, der hatte ja auch. Ach, früher, kurz vorm, als Tommy noch da war. Der hatte ja auch halt so gewisse Belegvarianten. Und vielleicht haben wir diese Varianten, aber für jedes Gericht. Also, du kannst deinen Burger dann so bestellen mit Käse und Jalapeños. Du kannst deinen Hotdog mit Käse und Jalapeños bestellen. Ja. Du kannst deinen Schnitzel mit Käse und Jalapeños bestellen. Oder diesen frischen Zwiebelsalat mit Tomaten und sonst was. Das kannst du ja eigentlich auch auf alles drauf klatschen. Genau, du hast dann so einen Bruschetta-Burger oder, ähm. Ja, finde ich gut. Ne, und dann haben wir halt. Und so einen Hubussalat. Genau, es hat ein super einfaches System für uns. Drei Varianten. Ja, und das halt von, du kannst, als Kunde hast du halt einfach einfach darauf, egal welches Gericht du willst, du kannst halt immer die Varianten dazu auch so. Und du kannst jede Variante auch scharf haben. Bis dahin habe ich vielleicht der eine oder andere Caribbean Red geerntet. Übrigens, ich habe ja gesagt, von wegen jetzt wachsen die schon. Und das sind alles dummerweise halt Blüten gewesen. Okay. Und die blühen auf, sind halt so fingernagel lang. Ja. Und da fallen die ab. Und ich so, oh. Die Chilis kommen auch nicht aus den Blüten? Nee, die fallen einfach ab. Die sind kurz so. Ich habe halt auch gedacht von wegen, ah. Ich habe mir natürlich nicht eingelesen, was als nächstes passieren sollte. Aber es ist wohl schon ganz gut, wenn es blüht, habe ich gesagt. Was als nächstes passiert. Oh mein Gott. Der kleine Horrorladen. Ja. Während bei mir der Granatapfelsteckling halt. Ja, was war da denn los? Ja, weiß ich auch nicht. Also vor allem wie. Ich habe dann jetzt einmal davor rausgenommen vor ein paar Wochen und da war noch nichts passiert. Und jetzt habe ich ihn rausgenommen. Jetzt hat er unten schon so ein Eigenleben. Also nennt man Wurzeln wahrscheinlich. Ja. Aber in welchem Maße? Also für diesen Winzling. Holger, die Pflanze hat unten ein Eigenleben. Guter Kollege. Also hat er ordentlich gemacht. Ja. Wo ist er jetzt zu Dank? Der sitzt noch in der Espressotasse. Ich brauche erstmal ein bisschen Erde oder einen freien Topf. Vielleicht nehme ich auch diesen kleinen Keramiktopf da. Ich hoffe, du brauchst nicht die Erde zurück. Ja, das war eine Leihgabe. Ne, aber was wir könnten echt überlegen, ob wir einfach so eine Wand von Kräutern haben. Die dann schön fettgetränkt auf alles raufkommt. Das ist natürlich immer die Sache. Du brauchst viele Kräuter. Am Anfang sieht das schön aus. Dann schnüppelst du mal was ab. Aber ich glaube, nach einer Woche sind diese Dinge abgegrast. Also könnte man sagen, wir können das hinhängen, dass es ein bisschen mediterran duftet. Aber wenn wir dann rumschneiden mit Fettfingern, ich glaube, dann wäre das schnell abgesägt. Geil ist halt, wenn du die ganze Fritteusenluft einzieht in die Pflanzen. Boah. Also schön so einen fettigen Dill. Ja. Wir müssen dann aber auch pflichtweise, glaube ich, übergroße Feinripp-Unterhemden in weiß tragen. Ja. Und dann auch irgendwo die ganzen Ölflecken, alles dranhängt. Ich meine, Peter hat ja eh schon elegant, wie er ist, sein Fernfahrer-Outfit an. Frage ist, haben wir Haarnetze oder tragen wir hier was anderes? Ich würde ja sagen, jeder hat so eine Make-America-Great-Again-Kappe. Not again. Keep America great. Das wird ja angeblich so ein Campaign-Slogan für 2020. Ja, haben wir denn, also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir klassisch unterwegs. So, wir haben halt zwar auch vegetarische Varianten von Burger und Fleisch und alles so, aber sonst. Aber auch mal auf jeden Fall zwei Fritteusen und alles in doppelter Auslage. Ja, okay. Und die Leute halt, ja. Arbeitsteilung. Also einer macht nur Kassenscheiß und Bestellungsaufnahme, anderer bastelt die Scheiße und einer rührt Salate um. Meinst du, das wird was? Naja, ist besser, als wenn jetzt du alles machst. Ja, aber wenn viel los ist. Ja, nee, aber schon, ja. Nee, dann haben wir halt zwei. Dann haben wir noch Philippe und Brownie dazu. Dann ist ja für den, ja, dann ist für die volle Belegschaft gesorgt. Ja, doch. So kriegen wir das hin. Ansonsten, wenn die Leute contactless bezahlen, was uns ja eigentlich am liebsten ist. Oh, das ist echt am liebsten, ey. Also gerne auch so Iris-Scannen oder sowas, dass wir nichts anfassen müssen. Oder wie meine Kunden gar nicht bezahlen. Ja, oder. Auch immer beliebt. Darf man darüber reden? Ich habe da mal so Fotos gemacht vor, das war sogar noch im Mai. Ende Mai habe ich da Fotos gemacht für so einen Joghurt. Ich sage einfach mal so für einen Joghurt. Ja. Weißt du noch? Ja, der Joghurt stand hier vor der Tür. Er sagt, kann der Dirk mal rauskommen für ein Foto? Genau. Und das jetzt schon über dreieinhalb Monate her, kein Cent gesehen. Ich habe auch mit einer der Schauspielerinnen, mit der ich Fotos gemacht habe in den letzten Wochen, das war Anfang August oder so, auch noch kein Geld bekommen. Anfang August, ja. Ist das das Längste, worauf du wartest? Ja. Also führe ich hier an mit dreieinhalb Monaten? Ja, ja, ja. Also ich habe schon eine sehr kulante Rechnung geschrieben, wo ich meinte, bis Anfang September hast du Zeit, das zu bezahlen. Das war auch nicht viel. Aber ich habe jetzt immer noch kein Geld gesehen. Das ist mein anderer Job, auf den ich warte. Also die haben nachträglich meine Bezahlung erhöht. Jetzt musste ich die Rechnung nochmal schreiben, deswegen warte ich jetzt nochmal drauf. Das ist ja okay. Ja, ist nicht schlimm, aber ansonsten hätte ich das Geld halt schon. Aber wir meinten, ja, wir haben deine Gehaltsstufe in Anführungszeichen angehoben. Nice. Da kommen wir jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, 33 Euro pro Stunde oder so fürs Unterrichten. Entsprechend halt ein bisschen mehr. Ja. Aber sowas ist halt echt total assi. Ich habe auch gedacht, von wegen, nee, bist ja vollkommen okay. Ich habe meinen Vermieter angerufen und den Energielieferanten und meinen Internetanbieter und sowas, habe gesagt, Freunde, ich habe so drei bis vier Monate im Auge, so Zahlungs-Opt-Ziele. Ich habe ja jetzt auch halt eigentlich gerade kein Geld, weil ich halt den IFA-Job, ich habe ja nichts anderes gemacht quasi die letzten 14 Tage als das. Ja, aber du hattest ja vor 14 Tagen noch Geld oder warst du da auf null? Mehr oder weniger. Echt? Ja. Also ich meine, es war halt im letzten Monat viel Scheiße zusammen, weil die ganzen Schauspieler-Portale waren also zentral im August. Bist du bei vielen? Ging halt alles weg. Ich dachte, du warst da gar nicht mehr. Casting Network, Cast Forward. Bist du Volleintrag? Spotlight, ja. Volleintrag plus, also mit Video. Achso, ich bin nicht auf ... Bei Cast Forward meine ich, da kannst du ja ... Ja, da bin ich Member, ja. Ja, ja, aber da gibt es auch normal und diesen mit About-Me-Video und sowas. Dieses mehr Fotos und allem Scheiß. Ich glaube, das habe ich. Okay. Naja, also die Sachen Spotlight halt, IMDb und sowas, war alles einen Monat. Und dann sind halt mal 300, 400, noch was Euro weg. Boah, das ist alles Bewerbungskosten, ne? Ja, ja, aber halt, ne, so ist dann halt auf einmal weg. Spotlight bringt dir das was? Bei einem, IMDb ist ja international, ne? Ja. Spotlight ist doch nur Großbritannien, oder? Aber die haben halt auch viel Werbung. Also ich bewerbe mich halt schon öfter irgendwie auf die ausgeschriebene Werbejobs. Okay. Habe aber auch noch nie was gehört. Aber auf der anderen Seite von Cast Forward hatte ich halt vor der IFA auch noch nie was gehört. Ja. Also ... Ja, oder Casting Network bist du auch, oder? Ja. Das ist halt dann, äh, es ... Ja, nee, aber das summiert sich halt, wenn es alles ... Crew United, du musst noch Crew United. Nee. Ja. Das habe ich auch nicht vermisst, ey. Also weder Crew United noch fucking Schauspieler-Videos. Ja, ist das Gleiche. Also wir hängen jetzt zusammen. Ja, eben, aber ich meine, viele sind ja bei Schauspieler-Videos und nicht bei Crew United. Aber ich finde halt auch bei Schauspieler-Videos ist der Service halt so miserabel für das, was du bezahlst. Ähm, nee, aber das ging dann alles weg. Und jetzt warte ich halt auch noch auf das Geld. Habe ich jetzt anderes gemacht. Das hat super Nervtöten. Ja, und die haben was für ein Zahlungsziel? Ja, wer, was? Die? Äh, sieben Tage. Achso, die haben gefragt, ob wir bis Ende der Woche, also Ende dieser Woche jetzt alle die Rechnung schreiben können, damit die es halt sofort überweisen können. Also ich meine, die meinten halt so, bitte beeilt euch damit, damit wir das alles zentral machen können. Aber es dauert halt trotzdem, weil die Produktion in London sitzt. Ja. Also mit der Überweisung dauert es halt dann eine Woche. Hörst du auch gerade irgendwas? Ja, ja, ja. Naja, aber was ich halt gehört habe von der Maskenbildnerin, die da bei der IFA war, die hatte halt vorher einen Make-up-Job für eine Fotokampagne von, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber es ist ein großer amerikanischer Franchise-Schuhhandel, wo alle Leute angezogen sind wie American Football-Schiedsrichter. Wissen wir, ne? Ja, da kommen wir locker drauf. Und die meinte halt, denen gefielen die Fotos nicht und jetzt wollen sie ja das ganze Team nicht bezahlen. Ja, vor allem das Geile ist, die hatten ja auch jemanden vom Kunden da am Set. Und ja, also ich meinte halt auch zu ihr und das wusste sie ja auch, dass die müssen halt trotzdem zahlen. Ja. Also du kommst halt rechtlich nicht raus, die versuchen es jetzt halt erstmal, wenn sie die Fotos nicht nutzen wollen. Das war bei der Joghurt-Kampagne ja auch, das war ja halt so eine Kampagne, neu, frisch, bla bla, und die wollten sie Mitte Juni schalten und dann irgendwann habe ich mal nach danach gesucht und du findest halt nichts darüber, nichts. Und dann war natürlich auch mein Gedanke, dass dein Kunde irgendwann sagt, wisst ihr was, wollen wir nicht. Aber das heißt ja nicht, dass die Agentur dann sagt, Freunde, wisst ihr was, wir zahlen euch nicht. Also, wie gesagt, es ist ja durchaus legitim, dass wenn du halt ein Buyout-Paket hast und du das dann siehst und sagst, ja, wir zahlen das Buyout nicht, weil wir das nicht nutzen, ist ja vollkommen in Ordnung, passiert halt mal. Wenn es vorher verträglich eingekauft ist, dann ist halt. Ja, genau, aber es ist ja oft nicht, also oft hast du dann die Buyout-Variante und dann sagt der Kunde halt, nee, wir machen jetzt doch eine andere Buyout-Kampagne, wir wollen uns jetzt mehr an unsere rechten Kunden wenden. Aber du musst halt trotzdem das Gehalt zahlen oder die Gage von den Leuten, also in dem Tag, da kommst du halt nicht drumrum und es wird halt auch für die vor Gericht schwierig zu argumentieren, zu sagen, das geht vollkommen im Auftrag vorbei, wenn von denen jemand am Set war. Aber das ist halt total scheiße, die Vorstellung, wenn das so einen Weg gehen würde, weil du halt weißt von wegen, die Person, die das Geld gerne hätte, die ist jetzt nicht von wegen, oh, ich habe von allen möglichen Seiten Kohle, ich gönne mir mal hier so einen Rechtsstreit. Und dann sagt, Alter, bitte, ey, ich mache meine Arbeit, könnt ihr bitte eure auch machen und den scheiß Zahlen, den ihr eingekauft habt. Aber ich halte auch, eigentlich wäre es halt nur richtig, wenn das ganze Team das komplett auf Social Media posten würde. Ja, ja. So, und dann kann halt die Kette versuchen, den Rufschaden irgendwie einzugrenzen. Ja. Aber, ja, also ich meine, das würde sie wahrscheinlich am empfindlichsten treffen. Das ist halt auch so eine Sache, da habe ich halt auch gedacht, dass man irgendwann, die Sache ist, ich kommuniziere nicht mit denen, sondern es war dann über meine Agentur. Und die ist dann halt tiefenentspannt, weil er natürlich tausend Leute dann hat und sagt, das Geld ist auch von wegen, ja, wir reagieren dann nach drei Monaten, haben wir jetzt, jetzt haben wir denen eine Mahnung geschickt. Aber generell könnt ihr, also ich würde dann so direkt anrufen und sagen, hey, vielleicht ist irgendwas, dass ich einfach nur was weiß, weil ich würde gern was wissen. Und die sagen, ja, ist ganz normaler Gang, die haben jetzt die Mahnung raus und passiert, also du kriegst dein Geld mit Sicherheit. Alter, sowas habe ich ewig nicht mehr gehabt, dass es heißt von wegen, ja, dreieinhalb Monate. So, stell dich mal irgendwo hin und mach genau das Gleiche. Dass alle so entspannt reagieren, niemand reagiert so entspannt. Wenn du deinen Vermieter nicht zahlst oder irgendwas, dann sagen die auch nicht, hey, wir mahnen dich an und dann zahlst du irgendwas. Auch nicht so große Kosten wie Vermietung, auch wenn du halt nur deine Telefonrechnung nicht bezahlst. Und das sind halt in der Regel nur, was du zahlst für 15 Euro? Ja, genau. Ja, ich meine, da gibt es halt auch Ärger. Ja. Und zwar sofort. Ja, absoluter Bullshit im deutschen Recht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Soviel dazu, aber uns müssen die Kunden bezahlen. So, aber ... In Dirk und Klaus' Pommes-Paradies. Prä-Schnitzel, vor dem ... Pommes-Paradies, ja. Schnitzel wird gezahlt. So bekommst du deinen Manfred Uschibon. Genau. Zahlen, dann wird das Ding ausgedrückt, gedrückt vor allen Dingen. Nee, wird gar nichts ausgedrückt wegen Papiersparen und sowas. Jeder kriegt auch eine App oder irgendwas. Und wenn keine App ist, dann wird ... ... wird auch so Untersetzer, die vibrieren, wenn dein Essen fertig ist. Nice. Ach, dieses ... Ja, ja. Vibrieren und leuchten. Ja. Das als Dildos. Puh. Und wir werden dann immer mit so komischen Laserbeamern halt immer den Namen und sonst was auf dem Boden einfach strahlen. Siehst du, halt so ein tanzendes Schnitzel, was dann sagt, Manfred, Manfred. Und dann ... Ja. Ja, ich komme jetzt schon. Ja. Okay. Okay, also was ich vorhin eigentlich sagen wollte, da habe ich mal so einen kleinen Ausflug über unseren alltäglichen Wahnsinn gemacht. Wo wir kleine Aussätze hatten, ja. Gibt es denn noch andere Varianten außer die Klassiker, die wir hatten? Beziehungsweise wenn es die Klassiker gibt, gehen wir halt auch in die Dönerrichtung. Du meinst, wir erfinden ein neues Fastfood? Ja, oder du sagst halt von wegen, bei uns gibt es mal so einen leckeren Salat oder so. Oder ist halt von wegen, herzlich willkommen beim Imbiss, hier ist nichts mit Salat. Und wenn, dann liegt der zwischen Fleisch und Fleisch oder so. Ja, das hat die Frage. Und du sagst, Salat gibt es nur im Brot? Dann hat dann jemand halt so ein schönes, dickes Korbgerster und irgendwie poolt das Innere raus und schüttet da einfach einen Kartoffelsalat rein. Wurstsalat. Nee, so meine ich das gar nicht. Ja, warte hin. Ist auch Salat. Da ist eine Zwiebel drin. Hör mal, das ist kein Fleisch. Und Remo. Und das ist ja auch wohl auch kein Fleisch. Würde ich halt sagen. Hast halt so ein Fladenbrot und dann kriegst du den Salat rein. Boah, wir haben so viele Fernfahrer. Was? Ein Rap. Ein Rap beim Imbiss. Das heißt, wir müssen diese Scheiße drehen und falten. Hätte ich ja voll Bock zu. Du beschreibst es so, als ob das Origami wäre. Na, aber ist das nicht? Das ist ja, wie, Lachmanjou noch komplizierter. So ein Rap ist doch nicht so kompliziert zu falten. Aber du musst auch noch drehen und den Boden hochklappen oder nicht. Und das dann halt auch. Und dann diese Müllscheiß. Ich will nicht halt irgendwie so fünf Tonnen Alu am Tag verballern. Ich will gar kein Alu verballern. Ja gut, bei uns gibt es so Pfandbecher. Du bekommst deinen Rap in eine Tasse. In eine normale Keramiktasse. Geil. Und dann kriegst du zurück. Und dann kriegst du deine zehn Euro Pfand wieder. Ja, aber dann nicht wie bei Aldi und Lidl oder sonst was, sich immer diese ganzen Stoffbeutel kaufen und sagen, ich mache was Gutes und dann aber 500 haben. Sondern Tasse muss zurück. Ansonsten jedes Gesicht ist gescannt und dann war es das. Dann ist Hausverbot. Dann ist Schicht im Start. Wenn du besoffener hinkommst. Freund, wenn du mit abhaust, ich sage dir was, klecker lieber dein Hemd voll und geh mit dem Ding weg. Aber lass die Tasse hier. Dann war es das für dich. Beziehungsweise Besoffene kriegen alles ohne Geschirr. Direkt in die Hand. Ja, genau. Eine Currywurst bitte. Ende auf. Kriegst du die kochend heiße Wurst und ein bisschen Curry-Ketchup so. Oh, geil. Vorne, vorne der Tresen, da gibt es so Bereiche, wo so eine kleine, also ein bisschen tiefere Bereiche, die festes Geschirr sind im Tresen drinnen. Und das sind für besoffene Kunden. Weil die dürfen nicht mit Geschirr sich bewegen. Kann sich dann, also so ein Pferdetränkel quasi. Genau. Und das ist dann wie so Knastmäßig. Da kriegst du die Schlonze dann da rein, die Wurst dann dazu. Messer und Garbe sind mit dran an Ketten. Und man sollst halt echt nicht damit weg. Wie die Kugelscheibe an der Bank. Und wenn du fertig bist, dann ziehen die sich dann irgendwie einmal durch so eine Waschstraße ein und klinken dann irgendwo fest. Ich hätte gesagt, wir haben so einen Kärcher und dann gehen wir da halt einfach einmal drüber. Mit, ja. Und dann die ganzen Reste schlonzen hoch, schön vorne an unserem Glas dann. Haben wir schöne Gläser eigentlich oder haben wir alles nur auf Bilder oder so? Wie, was? Ja, klar, eine Glasvitrine. Ja. Also nichts. Kann ja sein, dass wir halt auch einfach so einen fetten OLED-Fernseher haben und den irgendwie zeigen, was dahinter ist. Und dahinter ist halt einfach nur alles in TK gefrorene Matsche. Und wir sagen, hier. Finde ich hat auch was. Und immer wenn wir reingreifen, erkennt das der Fernseher. Und man sieht dann halt, wie er ganz frisch dann irgendwas wegnimmt. Wie so zarte Frauenhände da reingreifen. Super hart bis hier, alles voller Remo. Peter greift rein und unten dann so ganz zarte Pfoten. Ja, das finde ich gut. Das passt dann mehr zu unserem Contactless-Pay-System. Ah, schön. Ich finde ja auch vielleicht für Bier, du nimmst dir bei uns, kaufst du dir quasi den Becher und dann kannst du es dir selber zapfen. Und der Zapfhahn ist so eine alte Zapfsäule von der Tankstelle. Auch geil. Ja. Das ist ein ziemlich großer Truck, glaube ich. Oder das Bier ist tatsächlich aus dem Diesel-Truck vom LKW. Das eine Seite hast du Diesel, andere Seite hast du so einen, weißt du, so einen lebensmittel-echten Tank dran geschraubt, der halt echt verdächtig schlimm aussieht. Und denkst du immer, beim Zapfen ist immer der Kunde, der zuerst denkt, ich weiß ja nicht. So die Touristen, die denken, oh. Ja. Aber nochmal, ich habe es immer noch nicht geschafft durchzubringen. Haben wir andere Gerichte? Oder habe ich, das hatten wir schon geklärt. Haben wir Döner eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geklärt. Warum nicht? Ah, das ist ja voll aufwendig, oder? Mit Salz, Zwiebeln, Soße, blablabla. Ja, der Spieß alleine, glaube ich. Aber ich glaube, das ist ein Problem. Ja, aber richtig gute Imbiss, die sonst was, die sagen ja, von wegen am Tag kriegst du so einen Spieß weg. Das musst du ja echt gut kalkulieren. Ja, die Frage ist halt, wenn wir noch acht andere Sachen verkaufen, kriegen wir den Spieß auch weg am Tag. So ein Imbiss darf halt auch nicht viele Gerichte haben. Ja, deswegen glaube ich, wenn wir jetzt, äh, ich finde nämlich das mit den drei Soßen oder Salatsoßen, finde ich total gut. Weil zum Beispiel eine kannst du auch so essen. Du sagst, ich möchte gerne nur einen Salat, kriegst du halt nur einen Eimer von Zwiebelsalat. Aber es ist Tomaten, Zwiebeln. Patentiert. Nur schön, irgendwelche Verkäufer bei Saturn und sonst was. Und wenn die dann nach Feierabend oder nach Pause zurückgehen, dann stinken die wie Sau. Finde ich gut. Ja, jeder. Selbst der Fernfahrer macht alleine in der Kabine erstmal Fenster auf, bei Minusgrad. Weil ich denke, oh fuck. Ich war gerade bei Klaus und Dirk. Ich hätte nicht die rohe Knoblauchzehe nehmen sollen. Und die war frittiert. Oh geil, unsere Remo ist einfach nur Butter und Knoblauch. So maximal püriert. Aber vielleicht trotzdem so ein Frühstücksangebot, ein schönes Herrschneebrühe am Morgen. Ja, also dann greifen wir auf die. Mit selbstgemachter Knoblauch-Remo. Ja. Nice. Also es ist ja fast Aioli. Das heißt ja irgendwie, was war es, nur Eiweiß und Knoblauch und kommt noch was dazu? Fett wahrscheinlich. Ja, so irgendwie, ja. Geil, ey. Irgendwas, wofür wir bekannt sind oder einfach nur, weil wir so geile Prinzipien haben mit dem abwaschbaren Geschirr? Ich glaube das und weil du es halt schnell auswählen kannst, weil wir quasi so ein Baukastensystem haben wie Subway. Ja. Also du kannst halt quasi. Oh geil ist, man redet gar nicht mehr mit uns, sondern nur noch mit so Alexa-Varianten. Und wir gucken dir die ganze Zeit immer noch an. Boah, habe ich eigentlich schon von diesem Restaurant erzählt, wo wir waren? Nee. Damit fange ich mal die nächste Folge an. Okay. In einer Woche. Ja. Oh, da bleibe ich immer sitzen. Ich glaube dafür alleine, also dass du halt so einen normalen Imbiss hast mit normaler Imbisskost. Aber du kannst es halt wie ein Baukastensystem zusammenstellen. Also halt so alle Leute, die Apps und so mögen, werden das lieben. Ja, und alle, die es nicht mögen? Ey, die können auch normal bei uns bestellen mit normalen Menschen. Ja, aber ich meine, es gibt keinen Bargeldverkehr. Ja, gut. Ich meine, mit Karte zahlen, da kann man die Leute schon mal zu erziehen. Das finde ich jetzt nicht so, auch wenn das in Deutschland immer so exotisch gehandhabt wird. Das finde ich so krass, ey. Also echt seitdem, wenn man einmal ins Ausland geht, egal, einmal zu unseren Nachbarn, egal wohin, überall Karte, ganz normal. Ja, natürlich kannst du überall Karte. Ja, aber das Bankensystem und Überwachung, ja, meine Güte, ey. Das sollte dein geringstes Problem sein, dass die Leute wissen, dass du gerade einen Riegel Pommes dir gekauft hast bei DM. Echt, ey, scheiße. Ich meine, hast du mal irgendjemanden gesehen, der hier mit dem Smartphone oder mit einer Smartwatch bezahlt hat oder was? Also auch dann quasi ist das ... Ein-, zweimal Kontaktless, also wirklich die absolute Ausnahme, was ja in England zum Beispiel einfach die Regel ist. Also entweder machst du halt die Karte und hältst ein Pomponente und nimmst halt dein Handy und machst das, was noch viel einfacher ist. Genau. Also ich habe den halt hier voll oft gesehen, ne, Handgelenk irgendwo rauf. Ja, genau. Aber ich meine, wenn du halt eine Smartwatch hast, was ja auch, das sind mehr Leute, als man denkt. Ja. Also zum Beispiel, das weiß ich halt, an reiner Quantität ist der größte Uhrenhersteller der Welt derzeit Apple. Uhren. Ja. Hast du, glaube ich, schon mal erzählt in einer Folge. Ja, aber ich meine, es ist halt, oder du siehst halt selten Leute eigentlich mit einer Apple Watch. Ja. Außer Kids, die sieht man heute, also wenn ich unterrichte, da haben wir ganz viele in der Apple Watch. Also diese Fitness-Tracker oder wie die Dinger heißen, die sehe ich halt oft. Ja. Das ist ja auch quasi Smartwatch-Oriente. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja, die Grenze verläuft da fließend. Und es gibt halt so Hersteller wie Polar, die halt eigentlich ganz klassisch Fitness-Watches machen. Polar hat auch mal richtig, oder macht doch arschteure Uhren, oder? Auch, ja. Aber eigentlich machen die halt so, also Pulsmesser, das war halt immer so deren Ding. Ja. Die haben auch mit ganz vielen Fitnessstudios, hast du halt, wenn du an die Geräte gehst, hast du halt Pulstechnik von Polar. Mhm. Und die sind halt irgendwann auf Tracker gegangen und haben natürlich auch einfach Smartwatches. Mhm. Die hat auch E-Mail-Funktionalität und so haben. Ist ja, also wo fängt die Smartwatch an, wo ist der Fitness-Tracker vorbei. Ja. Fitness-Tracker ist in dem Sinne auch eine Smartwatch, ne? Ja, eben, genau. Also wenn du den Namen hart jetzt mal übersetzen willst, ja. 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 Ja, ne? Also da können die Leute einfach gegen die Kasse halten, an ihren Warenkorb. Ja. Und bekommen dann, also wenn es so personalisiert ist, wäre es natürlich geil, wenn du einfach, du hältst es an die Kasse und zahlst und dann hast du es hinter so einem Glasfach, dein Essen, und hältst es daran und dann öffnet sich das Fach. Das Glasfach, ich glaube, das ist ein richtig abgegrabbeltes Ding. Ja, gut, da kann man ja schnell mal rüber. Ja, ist eingefettet von allen Seiten. Ja. Ja, was haben wir denn für Getränke? Also wir haben gesagt, lokales Bier. Bier aus der Dose? Ja, echt Dose? Wir haben kein Wegwerfgeschirr, aber wir haben Dosenbier. Oder wir haben so ein Refill-Dosenbier, dass du denkst, oh geil, sieht aus wie eine Dose, ist aber richtig, richtig fest. Ja. Und wenn du trinkst, dann heißt es danach, hier, die kommt hier wieder zurück, weil wir reinigen die, füllen die wieder und verschließen die wieder. Wir haben halt einfach nur für euch, für das Gefühl. Dann können wir auch Glasflaschen nehmen, ganz einfach. Ja, aber manche finden halt die Dose geil. Und dann denkst du, ja, wir haben halt Dosen, aber wir haben halt nur zehn Dosen oder so und die bleiben hier. Ja. Weil wenn du sonst weiter weg bist, dann... in der Dose ummantelt sind. Oh, geil. Emailledosen. Ein Bier. Ansonsten halt so, vielleicht auch so lokale Cola. Ja. Wenn du sowas hast, so Rixdaufer Fassbrause. Genau. Oder so. Immer schön lokal. So einfach auch so, haben wir dann so klassisch Klischee irgendwelche Schnäpse, dass man sagt von wegen so ein, zwei Dummfickdinger so. Und dann hast du dann relativ schnell so einen Kultstatus und hast am Wochenende halt die besoffenen Touristen nachts um zwölf bei dir hängen. Deswegen glaube ich, sollten wir Schnaps nur tagsüber ausschenken. Nur bis zwölf mittags. Von neun bis zwölf gibt es Schnaps satt. Schnaps-Auer. Und auch nur zu speziellen Gerichten. Wurst und... Oh, weißt du, was man aber auch da haben müsste bei so klassischen Imbissdingern? So richtig schweren, dicken Eintopf. Mit Wurst und ohne Wurst. So Erbseneintopf und sowas. Oh, schön wie beim Kommiss. Beim wem? Beim Militär, wenn du eingezogen wirst. Kommiss? Kommiss, ja. So richtig, richtig dicker Eintopf aus der Gulaschkanone. Ja. Ja. Ja, da gibt es aber auch immer nur einen. Also machen wir jetzt auch nicht so einen Osama-Mazamba, der muss ja auch alle werden. Wechselt halt auch wochenweise, je nachdem, was übrig geblieben ist, eine Woche davor. Und dann hier schön so Gerichte wie Braunkohl oder Grünkohl so zur Weihnachtszeit. Das kannst du dann auch geil... Der kann dir die ganze Zeit blubbern. Schöne Solyanka. Schöne Solyanka. Aber das sind ja auch nur tausend komische Wurstreste, die du da reinschmeißt. Reste auf Tomatensauce. Also ich meine, da ist ja dann... Braunkohl ist ja dann auch mal so eine edle Variante. Das ist ja keine Variante, sondern edles Gericht norddeutsches. Haben wir Desserts? Gibt es was für den süßen Zahn? Also wir haben jetzt auf jeden Fall nicht so eine Kübel Eis irgendwie, die wir rauspulen, dass wir auch noch so eine Scheiße machen. Nee, das Eis kann ich auch nicht. Also irgendwas Fettiges. Irgendwas, was du nicht... Keine Ahnung. Was ich geil finde... So eine bunte Tüte bekommst du noch mit am Ende. Schön eingefettete Gummischlümpfe. Weil sonst hätte ich gedacht, wegen Teig und so einer Scheiße, dass du halt einfach immer so einen Teig fettig hast, wo du Pfandkuchenteig hast. Du hast ja halt dann schon diese Grillfläche und da gießt du dann halt einfach irgendwie die Pfandkuchen drauf. Das heißt von denen, die haben dann auch immer noch so eine... Die erreichen viel mehr Geschmacksknusk auf deiner Zunge, weil du hast dann auch immer so einen leichten Pommesgeschmack oder leichte Frikadellenvariante in deinen... Finde ich gut, ja. Und dann kannst du die auch mal anreichern, dass du sagst von dir, heute haben wir Proteinpancakes oder sowas, weil da halt einfach noch ein halbes Hähnchen mit drin ist. Aber macht ihr die Pfanne auch mal sauber? Jeder ist hier ein Kritiker. Macht die Pfanne auch mal sauber. Ja, gut. Ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende der Stunde. Ende der Stunde. Scheiße. Ja, gut. Also eigentlich würde das schon ein ganz klares Bild haben. Wir würden zwar in einem Foodtruck sein, aber wir hätten einen festen Platz oder Eiern war durch Berlin rum und haben dann... Nee, ich würde schon sagen, fester Platz. Also ich habe keine Lust da noch. Oder wir fahren durchs Land und lösen Verbrechen von unserem Foodtruck aus. Und immer, genau, wenn wir ermitteln, dann sind halt irgendwie Brownie und Philipp und Peter da und schmeißen in den Laden. Hoffentlich. Und nicht wie bei... Wie heißt das? Kitchen-Spiel? Overcooked. Overcooked. Dass wir wiederkommen und alles brennt. Und Brownie häkelt. Ich habe den Feuerlöscher aus dem Zeppeling geworfen. Und Philipp sagt, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Klassiker, Klassiker. Ja, aber wäre ganz schön. Das war Fünisse. Mit Dirko Klaus. Schreibt uns auch wieder mal eine Frage an Fünisse. Schreibt uns mal wieder. Fünisse. Quatsch. Fünisse mit gmail.com oder so. Ich habe es so lange nicht mehr gesagt. Fünisse at gmail.com, ja. Ich habe mit gmail gesagt. Fünisse mit gmail.com. Das Mitzeichen. Das Mitzeichen. Mathematische. Ansonsten abonniert uns auf allen möglichen Kanälen. Auch wenn wir bei Spotify aus Gründen gesperrt werden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auf Spotify angerufen. Und es kommt kein Code. Internetverbindung überprüfen. Mehrfach. Gut, in diesem Sinne. Ja, bis zu Tage. Steckt euch den Pimmel ins Ohr. Was? Wenn ihr einen habt. Ja. Ansonsten leitet ich euch ein. Das war's für heute.